die 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 3 die gibt es der kapitel konzert die schleichen ein bisschen ja auch die wieskunden was auch schon Zeit der DS und DS aktivieren. Zuerst kommen wir hier im Gesamt. Waren anbremsen. Gut treffen. Wohlform. Und dann geht's zur langsamsten Pause der Strecke, nämlich zu den Schikanen. So hier rein. Jetzt geht's auch schon los. Wieder rechts. Links. Und wieder rechts. Sicherlich Schikanen können ein Rennen für einige interessante Sachen sorgen. Über zwei Runden hier zu fünften Rennen, wie ich gesagt hier in Barcelona. 3-0. Dann machen wir den Championship. Ich fahm raus.